unser nächster pick ist sebastian west von löwen aus der belgischen liga ein 30 jahre alter innenverteidiger und wie wir sehen 11 15 mit 100 prozent ist sehr sehr gut und 49 und 1140 auch 49 aber nur 48 und hier sehen wir auch warum der hatte ja eine längere auszeit sage ich mal und der ist aber in der vergangenheit hatte er richtig richtig hohes kurs mit drin eine 80 ohne die sei es zum beispiel aber auch die sei es mit drin 100 sogar mal und jetzt in der jüngsten vergangenheit ja würde ich mal sagen sehr 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 konstant also wirklich mit ganz wenigen ausnahmen mal schlecht deswegen eigentlich ein super threshold spieler den man sich mal anschauen kann 160 euro gerade so zu haben nicht sehr viel für jemanden der dann konstant leistung bringt hier hat er jetzt allerdings die letzten fünf fünf hatte mal drei schlechtere ergebnisse mit drin deswegen auch etwas ja von der formkurve her nicht ideal und wir sehen jetzt hier vom preis er sitzt wieder ein bisschen am steigen aber man kann ihn vielleicht jetzt auch noch irgendwie in dem bereich schießen und dann ist das denke ich mal ein ziemlich gutes investment und ja wir sehen hier wo er sich aufhält innen verteidiger ganz wichtig ganz wenig außen und ecken eher unauffällig ist jetzt wahrscheinlich auch kein kopfball ungeheuer sprich er macht eigentlich keine tore und keine assist und ist jetzt keiner der wirklich auf die sei es aus ist und da